Brüder und Schwestern in Christus, wenn man das heutige Hochfest Christi Himmelfahrt ernst nimmt, ist es gar nicht so einfach. Wie schon eingangs gesagt, es ist eigentlich etwas Merkwürdiges, dass wir den Weggang Jesu feiern. Er lässt seine Jünger sozusagen im Stich. Aber was sind das für Jünger, die er verlässt? Es sind keine Nachfolger, wie sie es sein sollten, wozu sie Jesus immer hingeführt hat. Es waren Bewunderer, Fans von ihm. Die haben so viel mit ihm durchgemacht. Die Evangelien berichten, drei Jahre lang sind die Jünger mit ihm gemeinsam gegangen, haben ihm zugehört, sind mit ihm gegangen, haben die Wunder gesehen, die er getan hat, haben sich belehren lassen von ihm, haben mit ihm gemeinsam gegessen, gemeinsam geschlafen, gemeinsam gelebt. Und als alles zu scheitern droht er nach dem Tod Jesu, ist er ihnen wieder erschienen. Er ist auferstanden von den Toten. Das haben sie auch erlebt. Nicht einmal haben sie ihn gesehen nach seinem Tod, etliche Male, und nicht einen Geist, sondern ihn selbst, leibhaftig. Und trotzdem, wenn wir das heutige Evangelium hören, steht es geschrieben, als sie Jesus seien, fielen sie vor ihm nieder. Also sie wissen, er ist es. Und doch hatten sie Zweifel. Also man kann Gott bekennen, mit ihm das ganze Leben verbringen, und trotzdem können die Zweifel das eigene Leben, die Nachfolge bestimmen. Das kann auch tröstend sein, das, was wir hier hören, weil Nachfolge entscheidet sich nicht daran, ob du alles glauben kannst, was die Kirche verkündet. Du darfst zweifeln. Sicher. Nicht ablehnen, aber zweifeln, das ist ein kleiner Unterschied. Das ist diese tröstliche Dimension. Aber trotzdem, die Jünger Jesu waren damals noch keine Nachfolger. Worin unterscheidet sich die Nachfolge von dem, wie die Jünger da sind? Die Jünger kennen Jesus. Sie bewundern ihn. Sie schauen zu ihm hinauf. Sie haben Ehrfurcht vor ihm. Sie fallen vor ihm nieder, hören wir im Evangelium. Und doch sind sie noch keine richtigen Nachfolger. Das ist so, wie jemand für ein Fußballteam ist und wirklich ein toller Fan. Es gibt einige, die wirklich schön das Zimmer eingerichtet haben, vor allem jüngere Männer. betrifft es, aber es gibt auch Ältere, die so sind. Das ist nur ein Beispiel. Und die würden der eigenen Mannschaft bis ans Ende der Welt folgen. Wenn sie in Amsterdam spielen, packen sie alles, fahren sie nach Amsterdam und feuern sie an. Es ist ein tolles Erlebnis. Nur, wenn diese Mannschaft drei Jahre in Folge alles verlieren wird, wird er nicht mehr seine Sachen packen und irgendwo hinfolgen. Der wechselt die Mannschaft auf eine bessere, für die es sich lohnt, Fan zu sein. So sind die Jünger Jesu. Die folgen ihm vielleicht ein bisschen nach, aber nicht ganz überzeugt. Warum? Weil Jesus da ist. Sie dürfen sich an seine Schürze noch halten, wie an die Mama. Aber sie sind noch nicht erwachsen. Ihnen fehlt noch etwas Wesentliches. Die Selbstständigkeit. Deswegen muss Jesus gehen, damit seine Jünger auch Zweifel haben können an seiner Botschaft. Das ist eine Freiheit. Du kannst diese Botschaft ablehnen, ohne weiteres. Weil, wenn du sie bejahst, hast du auch keine Sicherheit. Du kannst davon wirklich überzeugt sein, dass es alles stimmt. Aber Sicherheit ist es keine. Der Glaube ist immer ein Wagnis. Und wie Jesus weggeht, haben die Jünger auch die Möglichkeit, das nicht mehr zu sehen, was er getan hat. Da gibt es diesen Raum für Zweifel, diesen Raum, wo sich ihr Glaube entwickeln kann. Und erst dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hinaus. Geht hinaus. Und verkündet allen Völkern diese freie Botschaft. Und erst als die Jünger das machen, werden sie zu seinen Nachfolgern. sie müssen Jesus nicht mehr bewundern. Sie tun etwas. Sie glauben. Sie bewegen Tausende. Durch diese Elf, die mit Jesus auf diesem Berg waren, sind wir hier heute. Das ist Nachfolge. Nicht darüber nachzudenken, wie Jesus so ist, wie Gott so ist, seine Wunder zu bewundern. Das tun auch die Atheisten. Wenn du denen ein Wunder vor Augen stellst, werden sie es bewundern. Vielleicht ein bisschen anzweifeln, vielleicht etwas finden. Aber wenn sie überzeugt sind, das stimmt, was sie sehen, Bewunderung. Dazu brauchst du nicht zu glauben. Du kannst dich für eine schöne Liturgie begeistern. Nett ist keine Nachfolge. Du kannst dich für gute Musik begeistern, geistige Musik. Nützlich. Aber es ist keine Nachfolge. Nachfolge ist erst dann, wenn du die Kirchenschwelle übertrittst, also in die andere Richtung hinaus. Und da beginnt deine Nachfolge. Hier darfst du sein. Hier darfst du von dem Wort Gottes leben, von dem Leib und Blut Christi, das für dich und für mich geopfert wird. Aber das, was du hier empfängst, sollst du draußen austeilen. Das ist Nachfolge. Das haben die Jünger sehr lange lernen müssen. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, also das Evangelium, was wir gehört haben, das ist das Ende der Frohenbotschaft eigentlich. Dann beginnt die Apostelgeschichte. Nicht die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, sondern die Geschichte der Apostel, die Geschichte der Kirche beginnt in diesem Moment, wo Jesus weggeht. Und paradoxerweise, auch wenn er weggeht, sagt er seinen Jüngern, ich werde mit euch sein. Aber nur, wenn ihr das so tut. Wenn ihr mir nachfolgt, bin ich mit euch. Wenn nicht, bist du kein Nachfolger. Und ich bin nicht mit dir, sagt Jesus. Klar, er wird keinen Menschen im Stich lassen. Er ist für alle da. Aber Jesus, Jesu Nähe in der Nachfolge ist etwas Besonderes. Sie bedeutet nicht automatisch, dass wir alles wissen werden, dass wir keine Zweifel haben werden, dass wir alles schaffen werden. Auch Paulus ist im Gefängnis gelandet, nicht einmal, etliche Male. Und trotzdem wusste er, wozu er berufen ist. Ihn zu verkünden, mit seinem ganzen Leben, mit seinen Talenten. Er wurde als Apostel berufen. Du bist in deinem Lebensbereich auch ein Apostel Jesu. Nimm es wahr, werde zu seinem Nachfolger. Hör auf, Gott zuzujubeln. Er braucht es nicht. Wenn, dann brauchst du das und ich. Um mich auszudrücken, ist auch wichtig. Gott braucht dein Jubel nicht. Gott braucht deine Nachfolger, damit allen Menschen diese freie Botschaft zuteil werden kann. Es ist nicht einfach, das so anzunehmen. Weil, wenn du es ernst nimmst, diese Botschaft des heutigen Sonntags, des heutigen Festes, dann bedeutet es für dich, dass du für Jesus überall eintreten musst. Nicht, dass du jederzeit von ihm reden musst, ihn loben musst. Das macht ein Fan, ein Bewunderer. Nein, du sollst ihn mit deinem Leben bezeugen. Auf Schritt und Tritt im Folgen. Stell dir das vor, vielleicht heute Abend, was es konkret bedeutet, dass ich morgen am Freitag Jesus nachfolgen will. Versuche, den kommenden Tag so zu leben. immer zu überlegen, ist das Nachfolge, was ich jetzt tue oder nicht? Was kann ich tun, damit ich Jesus in diesem Moment nachfolge? Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und wenn du das wagst, dieses zu versuchen, gilt dir auch dieser Zuspruch Jesu, dass er mit dir sein wird. wenn du es nicht versuchen wirst, wird er dich auffangen. Aber deine Nachfolge ist dann noch nicht ganz so, wie sie sein könnte. Entscheide dich für ihn. Das ist die beste Entscheidung, die jeder von uns im eigenen Leben treffen kann. Nur so kann der Beistand geschickt werden, der Heilige Geist. Nur so kann man ihn annehmen, wenn man sich auf die Nachfolge Jesu einlässt. Dann wird man auch in Wahrheit erkennen können, wo ich in meinem Leben Fehler mache. Was ich ändern muss, damit ich mit meinen Mitmenschen gut auskomme. Und was ich tun muss, damit mein Gehen in die Kirche, mein Beten, mein Einsatz für andere Menschen Nachfolge Christi wird. Ich lade euch dazu wirklich herzlich ein. Versucht, den kommenden Freitag, also den morgigen Tag, so zu leben, als ob ihr wirklich Jesus nachfolgen würdet. Mit aller Kraft, mit aller Entschiedenheit. Und der Heilige Geist wird euch durch diesen Tag sicher begleiten. Dir